Das ist Juan Ignacio, Kurator am Archäologie-Museum in Sevilla. Und die Jungen und Mädchen, die sie hier sehen, stehen im Macarena Krankenhaus in Sevilla unter ärztlicher Behandlung. Er zeigt, dass Geschichte Spaß machen kann, dass Archäologie ein Abenteuer ist und dass das Archäologie-Museum zu ihnen kommt. Das sind die Ziele des Projekts Museum im Schlafanzug. Die Idee startete 2011. Jetzt besucht alle drei Monate dieser Archäologe die Krankenhaus-Klassenzimmer der Stadt mit Freiwilligen von der Verbindung Museumsfreunde. Und so schnell vergeht der Morgen zwischen Spaß und Kindheitsträumen, die die Kinder weit weg vom Krankenhaus führen. Vielen Dank.